Die mir nicht noch rennt Unserem Boot Mein Boot What the fuck? Ich bin zu Hause, juhu! Als ich jung war, habe ich meinen Nahkampftrainer sehr bewundert. Das ist schön. In all den Jahren, in denen Karolina und ich den Widerstand geleitet haben, werden wir Bewunderung kriegen. Ja, du siehst, was wir tun. Oh, ich mache mal fertig. Okay. Ihr Kleinen. Hundi wollte uns wieder besuchen. Schön. Ich habe ihn jetzt nicht mehr mit. Oh, daктugier werden wir das. Ich habe nie gehört. Ja, ich bin wirklich neu. Ich kann nicht mehr. Wir können weiter, oder? Das ist doch noch einer. Wo kommt denn der hin? Äh, sollen wir den jetzt erledigen? Ja, Chef. Na, was macht der hier? Ey, erschreck mich nicht so, du Arsch mit Ohren. Bin ich. So, die krieg ich auch noch. Die ganze Munition hier, ey. Verbrennend. Wo ist denn unser Raketenwürfer eigentlich? Erledigt, juhu. Was haben wir hier noch? Ein Stück Blech, warum nicht? Okay, jetzt müssen wir hier runter wahrscheinlich, oder? Ja, ich weiß, ich bin sehr nah dran. Oh nein, doch nicht mehr so nah. Treff mich, treff mich. Das ist mich ja eh nicht. Oh nein. Oh. So, jetzt muss ich mal irgendwie was überlegen. Upsala, ich hab Angst. Ich hab keine Lust auf den. Ich hab keine Lust auf den. So. Was ist denn hier los? So, du bist auch kaputt. Nee, hier geht's nicht lang. Wo müssen wir hin? Ach da. Aha. Unser Zug, unser Zug. Wow, das überleben wir doch gar nicht. Wow. Oh. Boah. Was haben wir? Haben wir es geschafft? Ich hab die Papiere. Und jetzt? Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Die Mutfähre startet heute Abend vom London Nautica. Sie brauchen da oben Ihre Ausrüstung. Aber Sie müssen sie als Gepäck aufgeben. Handgepäck gibt es. Sie dürfen nicht auffallen. Du brauchst eine Rasur und einen neuen Haarschnett. Und eine Mütze schlafen. Gepäckstücke sichern. Sicherheitsboden schließen. Zurück. Und öffnen schnell. Nein, das geht. Wenn Sie auf dem Mond angekommen sind, müssen Sie Ihre Ausrüstung aus dem Gepäckbereich holen und dann die Entschlüsselungskurve suchen. Oh, okay. Hier sind wir angekommen. Auf die Reise nach dem Mond. So, dann müssen wir mal jetzt was suchen hier. Willkommen in der Mondbasis ein. Hi. Hi Leute. Wie geht's euch? Alles Paletti? Na, alter. Glückwunsch zu Ihrer Beförderung. Danke, danke. Danke, danke. Bitte gehen Sie durch das Land in der Richtung. Natürlich gehe ich. Oh, schön gewaschen. Fühlt sich schön an. Einen produktiven Tag. Haben wir, haben wir. Können wir mal hier durch jetzt? Hallo Herr Chef-Wittenschaftler. Oh. Oh. Bist ja sehr vornehm, danke. So, öffnen. Alles sehr geil hier irgendwie. Der Mond. Cool, cool. Sonne, Mond und Sterne. Müssen wir jetzt lang. Ach, der Mond kann so schön aussehen. Toll. Schon oft gesehen. Äh. Hilfe. Kannst du mir helfen? Nee, wegen geht's nicht so gut. Muss ich hier hin? Ah, was haben wir denn hier? So. Ha, boah, ein Koffer. Carolina. Anja. Hört mich jemand. Blazkowitsch. Bitte kommen, Blazkowitsch. Können Sie das Signal verstanden? Blazkowitsch, können Sie mich hören? Wie ist Ihr Status? Tja, ich bin ja auf dem scheiß Mond. Was für ein Großmaul. Sieht mal so ein Zeifer aus. Also, Blazkowitsch. Das Ziel sind die Entschlüsselungscodes der Atomkanone im Kommandomodul. Um zum Kommandomodul zu gelangen, brauchst du einen Raumanzug. Damit solltest du durch die automatischen Sicherheitssysteme kommen. Jawohl. Melden Sie sich, sobald Sie einen Raumanzug haben. Die mir nicht noch rennt. Unserem Brot. Mö.